Ich heiße Jean-Michel Brotmann und ich freue mich heute einige Worte über das neue Tierhaus zu sagen. Der Tierschutzverein Esslingen und Umgebung e.V. wurde 1953 gegründet und hat heute über 1600 Mitglieder. Der Verein setzt sich für das partnerschaftliche Miteinander von Mensch und Tier ein und unterhält dazu auf der Nekarinsel ein Tierheim und eine Geschäftsstelle in Esslingen. Das alte Tierheim geht in die Zukunft. Nicht nur die Industrie feiert seinen Einzug in die Industrie 4.0, auch das Tierheim Esslingen bekommt ein Upgrade. Die Unterkunft der Tiere, meine sehr geehrten Damen und Herren, war begrenzt und man hatte nicht so viel Platz für die vielen unterschiedlichen Tiere, die Schutz und Liebe brauchen. Mit 21 Hundezimmern, zwei große 10 Quadratmeter große Räume inklusive Dachterrasse, die so flexibel sind, dass man diese miteinander kombinieren kann, kann man einen Wohnraum erstellen, für das die Tiere dann 20 Quadratmeter Wohnfühloase genießen können. Der Wohnraum ist aufgeteilt im Erdgeschoss und erstes OG. Im Erdgeschoss finden wir die Hundezimmer und im ersten OG sind unsere Katzen untergebracht. Inklusive Inventar, Katzbaumliege, Katzenklo und all das, was die Katzen halt so fröhlich machen. Das ist natürlich immer noch die Frage, wie das mit der Kehrwurz geregelt ist. Da muss man natürlich noch drüber reden. Das Update eröffnet den Tierschutz von Esslingen auch die Möglichkeit, im ersten Obergeschoss eine Krankenstation für Tiere einzurichten, die ab sofort ihren Dienst aufnimmt. Circa 200 Tiere leben hier. Ein Mix aus Hunde, Katzen, Kaninchen, Hamster, Vögel, Reptilien, Ziegen und, und, und. Sollten Sie in den Urlaub verweisen und Sie können Ihre Katze oder Ihren Hund nicht mitnehmen, bietet Ihnen das Tierhaus Esslingen auf Anfrage Pensionszimmer an. So wissen Sie immer, dass es Ihren Tieren gut geht. Bevor es jetzt zur feiligen Übergabe geht, und zwar die Schlüsselübergabe, möchte ich noch zwei bis drei Punkte, die sehr wichtig sind, einfach nur mal mitteilen. Wir danken allen Mitgliedern und unseren Sponsoren, dass sie so tagkräftig uns unterstützt haben. Ohne sie wäre ein solches Projekt nicht umsetzbar. Nach vier Jahren Planung und einem finanziellen Kraftaufwand von circa 2,2 Millionen Euro wurde nun das nagelneue Tierhaus für Hund und Katze seiner Bestimmung übergeben. Zudem danken wir unserem Tierheimleiter Herr Teilinger, der über 25 Jahre die Geschicke des Tierheims führt. Ich denke, das ist mal ein Applaus wert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht nötig, zwischen dem Wohl der Menschen und dem Tiere abzuwägen. Wir leben in einer Welt, in der alles grundlegend voneinander abhängig und in der das Schicksal eines jeden Lebewesens immer eng mit dem dem anderen verbunden ist. Es geht also nicht darum, sich nur um die Tiere zu kümmern, sondern darum, auch für sie Sorge zu tragen. Tierheime sind Orte des Mitgefühls für Tiere, an denen Menschen sich engagieren, um Tiere zu helfen. Ehrenamtliche, denen Geld nicht das wichtigste Wert im Leben ist, versorgen Tiere, die in unseren schnelllebigen geprägten Welt zurückgeblüht sind. Sie kümmern sich um die Lebewesen, die keine Lobby haben, um sich Territorien für ihr Leben zu sichern und die ohne diese Hilfe schlichtweg ihr Leben verlieren würden. Diese Arbeit und das damit verbundene Engagement kann man gar nicht genug hervorheben in einer Zeit, in der das Gefühl immer seltener Wert unserer Gesellschaft wird. Damit wir auch weiterhin unsere Liebe und unser Engagement ins Tierheim bringen können, brauchen wir weiterhin ihre Spenden und ihre Unterstützung. Nur so können wir das Tierhaus am Leben halten. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.